Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6360. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich kann dir diese coole Sache nur wärmstens ans Herz legen. Ich kann dir diese coole Sache nur wärmstens ans Herz legen. Pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst. Du sitzt zu nahe am Rand. Du sitzt zu nahe am Rand. Pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst. Du sitzt zu nahe am Rand. Ich bin es gewohnt, schnell zu arbeiten. Ich schreibe mit der rechten Hand und tippe gleichzeitig mit der linken Hand. Ich bin es gewohnt, schnell zu arbeiten. Ich schreibe mit der rechten Hand und tippe gleichzeitig mit der linken Hand. Ich bin es gewohnt, schnell zu arbeiten. Ich schreibe mit der rechten Hand und tippe gleichzeitig mit der linken Hand. Willst du mir erzählen, wie es letzte Nacht war? Willst du mir erzählen, wie es letzte Nacht war? Willst du mir erzählen, wie es letzte Nacht war? Gemeinsame Erlebnisse können Freundschaften vertiefen und uns glücklicher machen. Gemeinsame Erlebnisse können Freundschaften vertiefen und uns glücklicher machen. Gemeinsame Erlebnisse können Freundschaften vertiefen und uns glücklicher machen. Danke für alles, was du in dieser schwierigen Situation für uns getan hast. Die Ingwerplätzchen kommen frisch aus dem Ofen. Die Verzierung habe ich nachträglich angebracht. Die Ingwerplätzchen kommen frisch aus dem Ofen. Die Verzierung habe ich nachträglich angebracht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Abonniert codeine. Die Verzierung habe ich nachträglich angebracht. Das war die Erlebnisse. Die Verzierung habe ich nachträglich angebracht. Die Verzierung habe ich nachträglich angebracht. Die Verzierung habe ich nicht, ich habe mirissen. Das war die Verzierung.